ja hallo und jetzt kommt zu meinen neuen let's play sleeping dogs es wird der zu ermitteln zweit und Prozent wir wollten gerade hier zu diesen grünen Schild hier hingehen das macht es kommt man wieder die Video Sequenz zu kommen mit Letters überspringen aber es macht also mit enttäuschen an der Welt doch gut die Sturz und die Gäste es an die Weste und mehr zurück das ist Wünschen bei der Welt es wird er das sind die Mutter oder so die Rödinger bei den Minibus Racken das sind die Säden wurden die Wurzlager gebraucht Jürgen Pickup an Marble Drive was Proffekt Obra Hohen Fakings ich wollte sowas wie also ich wollte es auch eigentlich so in dem Sinne von der Welt die 400 die Maaf Vorken die Graf wie sie sich für so noch ein bisschen sehr gut der Gebühr der Garten sie geht ja muss viele das gibt es doch denn mit schwarzer Macht am meisten für die Ruhe gut um was geworden Gona noch Tegenovo Morrow Dr und wenn es da bin ich die Bissie Smeck dem Rando Kiel Freude O'Killen Dauleitungsanalyse Antiklaren bei mir so ist es guter von sich sehr langweilig aber als ich das war die entgegen und auch gut auf dem Falleis schon wieder bei den KD doch gar keine das es ist doch als komplette Pfix mal war da war es bei Wurzeln wir haben keine Zeitbegrenzung gut ist, wir haben so großen Dings, damit können wir alles machen was wir wollen die können wir einfach wegfahren es ist unser Start naja ich bin schon wieder fast da so dass er sich erst jetzt geht ich mag ich mich an einfach so wahllos an wir sind das jetzt gehen und stoppen wir ihn hier in die Telefonzelle. Ja, das Spiel ist geil. Oh, oh, falscher Typ. So, jetzt müssen wir weiterfahren. Gut, ja, das hat Spaß gemacht kurz. Zunächst muss Halle. Irgendwann kann, ja, wie schon gesagt, SCG links drücken für so einen schnellen Angriff. Das geht auch nach rechts. Das geht dann auch nach links. Ah, aber das sollte ich nicht machen. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht so gut im Fahren. Ich finde auch, dass man hier eigentlich, wenn man sich hier die Regeln hält, verdammt gut auf der Straße hier fahren kann. Aber ich bin schon wieder auf der... Ah, ich hasse dieses... Links-Rechts... Links-Verkehr, nicht Rechts-Verkehr. Ah, ah. So. Was muss ich jetzt machen? Ah, ich muss hinter dem herfahren. Nötigen, damit er zur Seite fährt. Ja, genau, so würde auch ein Russland wirklich ein Dings fahren. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr bewegen. So was ist natürlich dämlich. Ja, wir schaffen es. Hoffe ich. Okay, das weiß ich. Jetzt warten wir noch die Sekunde, dann müssen wir das von vorne machen. Okay, es ist... Ah, das ist natürlich dämlich, über die Treppen zu fahren. Was häng ich denn da hinten drauf? Gut, äh... Ab letztem Kontrollpunkt starten. Los geht's. Also H ist Hupe, also gibt's Donner. Los geht's. You're wasting my time. How about I break your legs and see how you drive in huh? Okay, okay. I'm taking your passenger. Okay, okay! Undy, you're a mess. There's a slight problem with your bus so we're doing a change. So, also habe ich jetzt die Passagiere. Ich glaube, die finden das total cool, dass ich hier so rum drivee mit denen. Oh, da, oh. Das sind ganz viele böse Jungs. Was im Hinterhalt entkommen. Ich will nicht mehr als Statistik sein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr! Wir sind nicht mehr. So, jetzt bin ich. Scheiße. Wie ist denn er entkommen? Der Wagen ist glaube ich von ihm über Jetzt ist er hinüber Jetzt brennt er auch und dann fliegt er hier Wow den habe ich voll geil gerammt Was ist das nicht für Pädoyer Hälfte ich wurde rausgeholt ich dachte ich bin so ein Passant der mich verkloppen möchte das ist doch die mich die sich jetzt aus dem Hintergrund zu uns kommen Wegfahren oder wie mit dem Scheiß-Bos Acker-Quick-Change-Drivers Ich habe aber die Idee Das ist einfach ein Umweg Wir können das Ziel aber mal markieren So Stattistik Stattistik Da haben wir einen kleinen Fluss, nicht einmal kaputt gehen. Ah, die werden nicht einmal kaputt gehen. Oh, das ist nicht gut. Und wir sind soweit ich weiß jetzt gekommen. Boah, was ist das denn für ein Hinterhalt? Wie viele kommen denn da noch? Wo sind die Polizei? Just relax. Okay, also wir haben es geschafft. Okay, wir müssen also nur so ein paar Teil überleben. Sorry, dass ich die... Ja, es tut mir leid. Auf zu dem nicht zu gucken. Oh, 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 sorry. Es tut mir aber leid. Nein, I don't learn to drive. Ich hab grad ziemlich Wurst. So, äh... Mit diesem schönen Bus fahren wir jetzt mal nach... Oah... Dann wo wir halt hin müssen. Weißt du, hier könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel bis jetzt so findet. So, jetzt halten wir hier unten und lassen sie raus. Ich hoffe, jetzt wird mich keiner mehr verkloppen. Ah, das war vermutlich das Aufregendste, was ich in dieser Woche erlebt habe Ja, das denke ich auch Aber du wirst gleich noch was anderes erleben Ich will mal zeigen, was das Coolste in der Woche gemacht hat Oh, warte So Das Aufregendste, was sie je im Leben erlebt hat Jackie, ich habe gehört, was passiert ist Ich hoffe, alles okay Mein Onkel traut ihr jetzt, du sollst ihn anrufen Das Aufregendste, was sie in ihrem Leben erlebt hat Wo ist sie überhaupt? Da Oder der Das Aufregendste Oh, der Sod Wenn ich ihn da runterwerfe Cool Ich schaue, ob ich den Bullen überwältigen kann Ich schaue, ob ich den Bullen überwältigen kann Ja usw- Ja, ich�지 Er Fries Jetzt O Police fertig Fiege kann ich hier oben aber nicht so das hat die Gitarren das hat mir wehgetan ganz wichtig vor allem so wird es gut das ist erstens nein sie haben mich gefragt Ich hab doch Leertaste gedrückt. Ach, scheiße. Gut, ist ja nicht so schlimm. Jetzt will mir so einen Wagen klappen. 3000 Uhr. Das ist ja geil, das ist ja geil. Wir kriegen gleich zwei Sterne. Oh, ich hab einen Polizeiwagen. Die Polizeiwagen, die gehen voll ab. Oh. Oh, ja, ich hab einen Fall. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. E-Push. Nein, 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 nein. Das ist nicht E-Push, das ist nicht E-Push. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Good, am Polizeiwagen geklaut. Ich weiß es nicht. Dann halt mir mal kurz hier. Das ist das auch cool ist. Das geht ganz viel spielen. Ich kann dieっ Nietzsche zum people ... so der Typ hat mir einfach nicht gefallen ist ja geil aber die passen mit dem Auto nicht durch gut ich hoffe die Bullen sehen das jetzt nicht wenn ich mit ihrem Wagen fahre ich glaube nicht geil ich kaufe den ersten Spotback als Erweiterung sie ist es das das ist ja geil das ist ja geil und er hat Fortschritte sein er ist nicht 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 Und irgendwie sieht das nicht drüber aus. Ich bin eh schneller. Ah, das haben sie nicht gesehen. Und nochmal... Jetzt kriegen sie es recht hart. Oh yeah, das ist doch geil, oder? Und tschüss, viel Spaß noch beim Erfolg. Die legen sie auch mal voll drauf an. Oh, ich glaub das hat man auch... Oh, in einem anderen Spiel bist du mal sofort explodiert. Man hat jetzt einen Schaden bekommen. Ist ja geil. Und da sind wieder die bösen Leute. Da fahren wir die bösen Leute jetzt gleich mal um. So, zwei von links umgefahren. Und jetzt auch noch umgefahren. Ah, ich bin die Polizei. So, hier liegt jetzt in dir im Ankoffer. Oh, der Krankenwagen kommt. Ich muss hier mal weg. Das ist ja geil. Du kannst verschiedene Töne einstellen. Gut. Ich weiß nicht was das hier ist. Einfach ein Kerl einfach. Einfach ein Kerl einfach. Nein. Bieten sie ihre Dienstleistung noch an? Ah, jetzt. Fahrzeuge ansehen. Oh, die kosten viel. Oh, was ist das hier viel geiles Zeug gibt? Leute, hier ist das hier gesehen. Das sind die �村, sehr famine muss. 3 da wird gesagt das ist es zu stellen bis zum nächsten mal Okay, das ist immer noch. Oh ja, Frostghost.